2 hab ich 3 hab ich 4 hab ich Zumindest Nächste Abschusskette? Na komm schon Du willst doch nicht abends ernsthaft Herrscher spielen Was für Lobbys willst du da finden? Das haben wir jetzt schon so oft durch die letzten Wochen Aber die sind alle nicht besser als wir Die sind alle nicht besser Oh aber die sind Warum nicht? Vernettbündersen sind wir wie am Start Ich bin egal Sehr cool von dir Ja So was findet man nur Abends Na Spree Angler Hallöchen willkommen im Stream Wie gerne ich jetzt meine ich Scheißgeister Warum ist denn der Craigs jetzt abgehauen Ja Jetzt tu mir nicht den gefallen und sag mir du bist ab Aufgetreten Ach das darf doch nicht wahr sein Zur unmöglichsten Zeit Läger Ich muss jetzt absolut rein schützen Oben im Fenster Campt Aber ich bin alle nicht grad die besten Pizzeristen Wird trotzdem schwer Wird trotzdem schwer Ich bin Ich bin aufm Weg Ich krieg den auf B nicht weg Wie lange streamst du noch? Ach stimmt hier noch so Hey Zeus Holt sie auf B weg Schau mal auf B ist jetzt keiner immer mehr Ne keiner ist auf B die sind alle weiter hinten weg Der nächste der bei C A spond Was ist das Was ist das denn für eine Verbindung Die Verbindung ist bei mir Absolut schrecklich Kommt A nehmen A nehmen wir müssen was nehmen Leute Und C4 vielen Dank dafür Helf mir mach Hä? Ja der hat mir Ich hab so eine scheiß Verbindung in dieser Lobby Ich hab so eine scheiß Verbindung in dieser Lobby Wieso ist Reigns reingekommen wieder rausgegangen? Keine Ahnung Ich hab indizent gebraucht Können wir schnell sagen Mhm Na Jungs der 1005 0 und versteckt sich mit Wachsamkeit Totenstille Boah Ich hab so gestrackt ne Keine Ahnung wo der ist Ah ich weiß schon glaube ich Ist der mit XMC? Ich weiß wo er ist Ja der gefühlt der kämpft hier links außen Der mit XMC Reflex Schnelles mal das Team kriegt glaube ich Unstext der Wind Helf mir Helf mir Ähm B ist leider Hab ihn Geist Ja er kommt wieder mit seinem Drecksgeist an hier Spitzhaft da rum Das ist einer Schüttel Kirche hab ich Einer kommt wieder Hill Geschütz hab ich B hab ich B hab ich Oh mein Gott wie schlecht ist der Predator von dem Geburt Lass mich nachladen Lass mich nachladen Lass mich nachladen Hier von rechts kommen welche Von rechts kommen welche Hill kommen welche Nachladen 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 Wir müssen Fliegelbe alles halten Ganz links Helf dir im Notfall Ja links Sauer Ich hab ihn links Ganz stark Cool Runde Jungs Rechts rechts hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns Komm wieder einer direkt vom Mittel rein Hinter dem Panzer hängt einer Der geht zurück Ja der ist da Ich steh auf deinem Kopf Ich hab ihn hier bei uns im Spawn erwischt Hab ihn hier bei uns im Haus Links Jungs Von links Scheiße 1 vs 1 oder Dodge Wer bist du denn schon wieder? Bist du nicht der der vorhin gedashboardet ist gegen uns? So hieß der doch oder? Renage oder sowas Marmin Hallöchen Ja der ist auch der Typ von vorhin der so Der Apfelfucker hat die zweite Konto so gemacht Ne ne es war glaube ich dieser Renage der gedashboardet ist Trophy auf B ist da Von hinten Ah Wie eklig die spielen Ja die kommt immer von Hill Es muss einer mal Hill abdecken Es deckt keiner Hill ab Ja ich war nicht stabil ey Ihr müsst rechts lang Ja einer muss jetzt mal bitte hinlaufen In 2 Stunden Ne ich hatte nicht vor jetzt doch irgendwie R3 R3 R8 R1 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 Oh ist das schwierig 2 vor R1 Nein Torre 3 Spiel ganz safe Spiel ganz safe Spiel ganz safe Ja freu dich Puscht B Bei einer bei B Bei B liegt einer im Film Ich habe einen Ich habe einen bei B Der wollte sich gerade ver... Die spielen alle mit Wachsamkeit ey In einer 6er Party mit Wachsamkeit Das ist schon wieder... Fünf Mann Das ist unten mal B Das sind das nicht meine Jungs Ah er kommt von Jetzt kommt liegen Links Warum? Leute wir müssen viel mehr Kontrolle über B haben Wir haben uns so viele Punkte verschenkt weil wir eben keine Flagge eingenommen haben Ich habe einen Hilft mir Hilft mir Einen vorm geschütz 25 vorm geschütz um genau zu sein aber wir haben es eingenommen wenn wir im spiel kannst du mir nach der runde noch mal einladen am liebsten wäre es mir wenn so real synergy jetzt gut spielt oder raus geht und du reinkommen kannst das ist das ist eine fünf mann party firma prestige meister und sie spielt alle wachsamkeit rotenstille lasst den randy 10 nehmen wir müssen sofort vor drohne konterdrohne draußen links geht einer zwei links in links ganz stark okay ich hab und vor und vor erst night schon wieder nein erholt sich ja nein man geht flüge ich schnell ist mal erst bevor drei schnell auf meine wort und ich zählte vorwählen bis so ein eckiger jungs ich habe achte er hat mich schon mal geholt oder so ja sicher achtung kommt wieder weg von rathaus ich habe getan was ich gegen wir müssen viel mehr kontroll über behalte haben dieser typ ist die ganze zeit da oben und snipe das ist so anstrengend ich komme und freuen uns wir müssen vor der typ sitzt nur da oben und snipe er macht nichts anderes die hocken zusammen auf denen der typ von oben ab super passt links auf passt links auf mir auch bitte ach mann er liegt da hier ist noch einer ja genau die da ich lasse sogar südge bitte verkaufen und vor ja und da kommt mir ganz schön mit ich darf regendomi bestes stream gönnen also deiner danke schwitzig gegen solche leute und vor zu b ihr müsst pushen push b push b push jetzt b ganz links wieder dieser geflügel killer ist immer auf der linken seite er spielt mit geist und wachsamkeit in einer sechs mann fünf party deutsche das ist so schlecht eigentlich trophies sind da von links kommen die wieder jungs links habe ich zwei ich habe auch zwei direkt kommen zwei stück von hill Achtung jungs ich sag die kommen von hill da müsst ihr da aufpassen bin gleich bei euch leute ich baue ganze zeit auf links auf janik vielen vielen dank willkommen was passiert wenn ich abonnier genau das hey jungs schön dass ihr reinschaut alles da erholt sieht wieder rad aus ok push b push b push d wir müssen kontrolle behalten ich fühle mich wie bei scrimm gbs alter ich brauche drauf zu spielen irgendwann links habe ich links habe ich wessen wächter ist das wenn die auf wesen sind die sofort die text vom wächter das ist eigentlich gut rechts außen habe ich passt links außen bitte auf links außen kommen wieder zwei ich push ein bisschen ich push ein bisschen ich push ein bisschen habt ihr noch weh drohne nein na komm konterdrohne kommt wieder eine über links jungs ja ich sehe dann habt ihr ihn links nein ach schade geschützt habe ich bist du morgen auch an würde gerne mitmachen ja ich bin morgen auch an äh c ist safe c könnt ihr lassen geschützt steht da ich bin morgen so ab 13 uhr online und auch wie heute den ganzen tag wenn du da mitspielen möchtest sehr sehr gerne ja ich steppe 5 die sind auf b jungs nein sind sie nicht sind sie nicht ja ich hab jetzt jetzt werfen sie emp-granaten ich brech ab er spielt schalldämpfer auf ps4 genau bei streamer vielen vielen dank green edge wir haben vorhin gegeneinander gespielt da bist du gedashboardet ich würde mich da gar nicht trauen noch irgendwas so zu sagen ein auf b habe ich wir brauchen den zweiten auf b ich hab den beiden auf b auf ich hab beide auf b ich hab sie da ist noch das sind noch zwei auf b auf den ersten der zweite ist auf b direkt oh mann easy win easy win easy win kenne ich gegen solche leute okay jetzt müssen wir wieder jetzt müssen wir 7 14 für die sind zwei mit geschützt ist das eklig gegen solche leute zu spielen die spielen die spielen hat jemand e mps nicht a gibt die nicht a ich stand für uns lang mit 28 nehmt a nehmt a nehmt a